Ein stromintensiver Tag in Berghausen. Wärmepumpen, Elektroautos und wir alle nutzen unzählige Bildschirme und elektrische Haushaltsgeräte. Und nur einmal im Jahr wird der Stromzähler abgelesen. Eine dürftige Informationsgrundlage. Dagegen helfen Smart Meter. Sie liefern Verbrauchsinformationen einmal am Tag an den Netzbetreiber. So kann er auch für den Verbrauch zuverlässige Prognosen erstellen. So wird eine schnelle und bezahlbare Energiewende möglich.